BOOM! Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist CWZD und willkommen zu einer weiteren Folge Why Play Throwback Und es ist so knapp, glaube ich, über ein Jahr her Wenn ich nicht komplett falsch daneben liege Warte mal, jetzt gucke ich da mal ganz schnell nach Bevor ich irgendwas falsches sage Genau, am 16. November 2013 Sogar noch ein bisschen länger Jetzt habt ihr es schon mitbekommen Wer hat mir denn da jetzt im Hintergrund reingeredet? Ich glaube es ja wohl nicht Dena? Dena hat nämlich mit reingeredet Denn genau am 13. November 2013 Habe ich mit Dena zusammen eine Runde 8-Ball gespielt 8-Ball bzw. Pool bzw. Billard Ist ja auch egal Auf jeden Fall ist jetzt der Sturmwaffel mit dabei Ja, ja, ja Und mit dem zacken wir heute eine Runde Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen 8-Ball und Billard? Billard ist doch der Überbegriff, oder nicht? Ey, du, ich muss ganz ehrlich sagen Und 8-Ball ist dann so eine Spielvariante von Billard? Ich weiß, das ist nämlich nicht Oh, aber ich bin halt schon Profi, ne? Also ich habe selber gerade herausgefunden, dass ich Level 3 bin hier Warum auch immer Boah, nicht schlecht Du startest jetzt, oder was? Ich glaube schon, ja Oh, jetzt kommen wir an meine Taktik Bist du bereit? Bär Oh shit Da geht die volle rein Da geht die volle rein Da geht die volle rein Da hat der Sturmwaffel sich gegönnt So, warte, das hat man früher doch immer mit dem Lineal gespielt, ne? Dass man dann immer geguckt hat Ja, ja, das wird einem jetzt aber schon vorgegeben Wir haben es vorher keine Runde gespielt, Leute Also ist jetzt komplett random, ob das Ganze jetzt hier funktioniert oder nicht Ach, random Oh! Ich habe die erstmal perfekt gelegt Perfekt gelegt habe ich die Und was mache ich jetzt damit? Achso, ich habe die nicht vollen Also die halten sozusagen Ja, genau, die nicht vollen Und wie zieht man jetzt? Muss ich gedrückt halten oder muss ich nach hinten ziehen? Du musst nach hinten gedrückt halten Achso, nach hinten gedrückt halten Ne, nach hinten ziehen Nach hinten ziehen Oh, jetzt wird es schon knapp PAM! Oh mein Gott! Oh mein Gott, war der schlecht! Okay, Leute Ich habe jetzt das Feeling Ich kann das jetzt spüren Ich weiß jetzt genau, was ich machen muss Und zwar dem Sturmwaffel so richtig perfekt die Kugel Uh, uh, uh Aber wie gesagt, du hast die vollen Hä? Du hast die vollen Ich habe die halbe Ah, jetzt habe ich erst die vollen Okay, lol Hey, du hast doch eben schon beim Start die vollen Ja, ich wollte gerade sagen Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden Aber naja, passt schon Als ob der da oben Ist es nicht eigentlich jetzt ein Foul Wenn du erst die halbe anspielst? Da ist auch keine halbe Ja, aber du könntest ja unten die blaue anspielen Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache das so pervers So als könnte ich wirklich Ich stimmt, da stand sogar Dass es ein Fehler wäre Upsi Boah, wenn du jetzt irgendwen reingemacht hast Dann hätte ich an allem bezweifelt Oh Du musst die volle treffen Achso, okay Nee, steht bei mir Ich glaube, du wirst sogar faul gemacht Aber ich baller den so da rein, Junge Was will die Kugel von mir? Okay, jetzt wird die nächste auch übelst reingenudelt Na, das ist... BAM, Junge! Ich lege mich gerade ein bisschen mit den Kugeln an Ich fühle mich auch ein bisschen beleidigt von denen Wegen der Aktion, oder? Ja, ich glaube, das war das Herz der Kugeln, Alter Früher bei Yugi, Yugi Kugel Yugi Kugel wäre ganz ruhig Yugi cool, Alter Boah, Yugi, Alter Wie hat der Scheleiters, Alter Das ist doch so richtig... Das hier ist auch eine halbe, ne? Ne, ne, ne Junge! Oh, bleib nach! Bleib nach! Jetzt kommt der komplette Run hier, oder was? Ich habe auch übelst gespuckt, glaube ich Ja, genau, wie sehr. Was? Wieso ging der denn jetzt nicht rein? Oh, guck mal, die da unten. Die halbe liegt. Oh, Alter, wie asozial du die gelegt hast hier. Das stimmt. Alles bewusst. Alles bewusst. Alles bewusst. Obwohl, das könntest du hinkriegen, oder? Der geht nicht. Der geht doch. Die weiß vielleicht noch. Oh, wie gut die wieder liegt, oder? Ich glaube schon. Oh, ja, oh, ja. Oh, schwierig, Leute. Sagt. Bönt er sich. Ganz lezent, elegant. Die kommt jetzt halt rum, weißt du? Beim Essen Martin im Anzug vorgefahren. Ganz schön die Kugel da reingenudelt. So, ganz elegant. Zack, da kommt die Nägisse mit dem nötigen Spitzengefühl. Nebenbei steht die Käseplatte. Ab und zu mal ein Häppchen. Ein Martini. Nein! Das ist nicht dein Ernst. Da wollte ich zu viel. Ich bin da ja eher von der Taktik ein bisschen anders unterwegs. Nein! Hey, ist das nicht total unrealistisch? Wenn ich die voll dagegen klatsche, dann fliegt, dann rollt die doch in echt eigentlich. Oh shit. Du musst aber jetzt gegenüber reinmachen, ne? Echt? Schneidest du gerade? Aber ist das nicht so? Weiß ich nicht. Also ich kenne das nur so. Vielleicht ist es auch bei diesem Aide Pool. Okay, bei diesem Aide Pool nicht so. Ich bin da nicht ganz safe. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also der hat mir nicht angezeigt, wo ich reinspielen muss. Deswegen bin ich gerade ein bisschen unsafe. Ja, ja, das könnte dann sein, dass du wahrscheinlich vielleicht doch überall reinmachen kannst. Mir wüsst du... Ich bin da rein! Wie sehr! Wie sehr, Alter! Man braucht einfach nur die nötige Aggressivität. Oh, bitte, geht die schwarze rein. Ach, schade. Ich glaube, du kannst den da auch reinmachen, oder? Ja, das würde jetzt spannend auf jeden Fall. Ich glaube, das geht. Sonst würde da, glaube ich, irgendwie so Hinweise draufstehen, oder? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Hat er es gewonnen? Ich weiß es nicht. Er hat es gewonnen. Ja! Leute, Daumen nach oben für Sturmi. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Jetzt verfolge ich vielleicht eine ganz andere Taktik. Wir versuchen auf jeden Fall noch ein Spiel. Ich will nochmal spielen. Ich will spielen echt da oben, ne? Du musst sagen, ich will auch nochmal spielen. Also neues Spiel dann nochmal. Ich will nochmal spielen. Oh, jetzt schadte ich. Aber ich will doch nochmal spielen. Wo mache ich es denn jetzt? Ach, komm, lock mal. Da sind wir mal ganz prüde. Der Anfang, können wir ruhig nochmal reinkloppen? Nicht ganz so elegant. War interessant gemacht. Ja, voll. Also das war echt. Ich gehe jetzt mal für die Halben hier. Okay, go for die Halben. Go for the halves, Alter. Okay, genial. Wenn, dann, okay. Immer wieder smooth, Alter. Das war natürlich peinlich jetzt. Kann man doch einfach mal so sagen, ne? Das war sau peinlich. Also an deiner Stelle würde ich meinen Kanal abgeben. An meine Mutter. An deinen Vater. Der ist Teig. Oh, yes. Der ist Teig. Da hast du aber meine Taktik jetzt gemacht, ne? Mit smooth. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, ich verfolge jetzt in der Runde eine neue Taktik. Okay, okay. Ja, die ist ja erfolgreich. Wobei, ich sagen muss, dass ich da so ein kleines Mix draus mache. Die weiße direkt. Nein. Okay, Leute. Ich hätte sie natürlich auch andrehen können hier unten. Wo lege ich sie denn hin? Alles gut, Leute. Ich habe nicht gefrühstückt. Deswegen bin ich ein bisschen aggressiv. Das Ganze. Ja, ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Dann genießt das. Und lehnt sich wieder zurück. Mit der Lady im Arm. Mit dem Mathieu. Mit den Oliven oben drin. Ach, nicht an dir. Oh, nee. Das wäre echt heftig. Ich habe übrigens meine zwei Ladies hier. Ach so. Vielleicht zeige ich mal kurz in die Kamera. Ja. Ähm. Ich habe beide im Arm auch. Die sind auch beide arm, oder was? Die sind auch beide ziemlich arm, ey. Oh, jetzt pass mal auf. Eie. Oh, hier ist ein Erd. Grazil, der Boy. Grazil. 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 Wir gehen schon ziemlich ab, ne? Kann man auch einfach mal so sagen. Kriegen wir denn hin, meine Freunde? In der Zeit war ich nicht gut. Ah. Noch nicht dein Ernst. Hui. 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 Zack. Oh. 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 Das kann doch nicht sein. Du hast doch voll viel reingemacht gerade. Oh. Jo. Warte mal. Den kann ich umlegen hier, ne? Also, du wirst, was ich meine, ne? Ich will den nicht töten. Oh. Töten jetzt einfach den Ball und den kann ich nicht mehr spielen. Dann sind wir gefangen in so einer Internet-Vortex. Das kann ich mir zeigen. Oh, jetzt war er knapp, ne? Ja. Ja. Ja, der liegt sogar gut dafür, dass ich den Roten noch reinböhlern kann. Oh. 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 Ich hätte auch gerne noch einen rein. Oh. Oh. Ich hätte auch gerne noch einen rein. Oh. Ich hätte gerne noch. Entschuldigung, krieg noch einen in die Presse mal. Können wir einmal kurz. Oh. Einen hätte ich auch noch gerne rein. Oh. Oh. Taktik wieder mal. Da hab ich aber jetzt. Ich glaub, da hat mein Unterbewusstsein gerade gespielt. Ich hab da nichts gemacht. Guck mal, wie scheiße du den gelegt hast jetzt. Ich kann den nicht tun. Vielleicht war ich auch trotzdem. Gerne. Extra. Gerne extra. Hä? Was war das? Was war denn das für ein Move? Das war auf jeden Fall der, ich leg dir deine Kugel noch besser hin, als du dir jemand sehen könntest. Oh. Es ist doch ein Witz jetzt. Oh. Das war gut. Oh, oh. Das war, na? Jetzt der Grüne. Auch nicht dein Ernst. Ah. Das wird schwierig, oder? Das wird schwer. Schwere, ja. Ah. Das wird ganz locker ersiert. Ach, nee. Nicht dein Fleiß ernst. Und zack. Tu's nicht. Tu's nicht. Oh, du hast aber noch viele da liegen, ne? Ja, vier Stück, ey. Vier Stück, ey. Okay, dann mach ich jetzt hier noch. Oha. 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 Okay, gut. Jetzt muss ich den Run liefern, Alter. Jetzt muss ich ihn liefern. Okay, jetzt kommt deine Kombi. Jetzt kommt die Kombi des Todes von Stomi. Du könntest, wenn jetzt echt, du hast jetzt Platz. Ja. Ja. Und wenn die nach inns sind, danach noch echt die Schwarz... Pfff. 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 Ja, gut. Äh. Es war... Aber ich versuch die Risky-Schüsse. Ich versuch die Risky-Schüsse. Ach, Quatsch. Mach doch. Mach doch. Ja, ja, mach ich auch. Achtung. Oh. 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 Hahahaha. 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 Wie sehr das geplant war. Auf so ansatzweise. Wie ist das denn, Leute? Ja, ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Schuss beende ich da diese Folge, Leute. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Checkt auf jeden Fall den Sturmi aus. Alter. Ist natürlich ganz unten in der Beschreibung verlinkt. Alter, das war echt eine heftige Runde. Ich glaub nicht, dass die mit denen damals so heftig war. Wie krass das war. Wie krass das einfach war. Alter. Und äh... Ich hab echt versucht, meinen Yolo-Schuss zu machen und zu gucken, was passiert. Das ist so krass. Aber dann ging der einfach so rein. Wie gesagt, checkt den Sturmi aus. Checkt auch, wenn ihr Bock habt, die alte Folge aus. Die ist ja echt schon ordentlich alt. Äh, so fast zwei Jahre, um genau zu sein, Leute. Oh, heidi. Und ansonsten sehen wir uns entweder morgen bei ARC wieder oder übermorgen bei der nächsten Folge. Why play throwback? Why play throwback? Ist doch gar nicht so schwer auszusprechen. So einfach auszusprechen. Alter. Es ist gerade bei uns noch ein bisschen zu früh, Leute. Take this in. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Macht's gut. Und tschüss. Ja, au.